Der Baum ist 33 Meter hoch, er wird jetzt ungefähr 2,5 Meter tief versenkt, dass er sehr stabil befestigt ist, aber er ist mit mehr als 30 Metern der wahrscheinlich höchste Baum, den wir je in der Geschichte gehabt haben. Aber wir werden den Baum auf jeden Fall illuminieren, denn gerade jetzt in dieser Zeit in der Corona-Krise und auch nach diesem brutalen Terroranschlag ist dieser Christbaum ein schönes Zeichen des Optimismus, der positiven Stimmung in unserer Stadt und auch an den Glauben an unsere demokratische Gesellschaft. Der Baum ist